Es geht auf Heuze. So, es geht jetzt rein zum Boarding, Pass, Check, In. Dieser Mann macht sich ready, wird immer näher. Ich bin aufgeregt. Ich hab's geschaut, ladies and gentlemen, durch die Kontrollen durch. Jetzt noch warten, bis das Gate sich öffnet. Dann geht's erstmal nach Frankfurt. Meine Mutter hält sich mit irgendeinem Phänomen. So, ladies and gentlemen. Ich melde mich aus der tiefsten Ecke. Das geht gleich auf Reise. Ich freu mich auf alle, die dieses Video anschauen. Denn es wird wild. So, ladies and gentlemen. Meine Mutter hat sich gerade mit jemandem unterhalten, der richtig kamen hat. Eigentlich. Aber naja, schauen wir mal. Da ist der Flieger. Es geht los. Es geht los. Ich hab's geschafft. Ich bin jetzt im Flieger. Es geht nach Frankfurt. Und dann nochmal die Sicht. Ich bin direkt beim Flieger. Ich fahre es. Ich steige. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So, wie sieht die Lade aus Frankfurt? Das geht gleich rein. Ja! Transfer zum Terminal 2 Transfer zum Terminal 2 Einmal wieder Kieb ác đấy đấy Bây giờ ta còn đỡ chứ hồi trước ta đeo bao giờ? 8 cái nhẫn Mỗi tay 4 cái Super Thời sát Hồn Vi sént trinn Vi sént trin Thì bây giờ Machen Ich hab immer was gefunden, ich sitze genau in der Mitte. Und dann welche Wildtrennen, ich schläft schon. Jetzt geht's los, also es geht auf Reise. Ich werde noch ein paar Aufnahmen machen, aber ich denke, ich mag Pennen. Ich bin, befinde mich jetzt mittlerweile schon acht Stunden im Flugzeug. Zwei Stunden, dann hab ich so ruhig. Wie wir kleine Kinder. So, nicht bei der Höchstatt. Frühstück ist gebrötchen. Oh Gott, ich hab mir das mit 100 genommen. Oder heiß aber. So, wie ihr hier sehen könnt, was es zu essen gibt. Ein bisschen läuft in Black Adam. Bisschen eben. So, wir sind mitten auf einmal angekommen. Fertig. Fünf Stunden im Wasser. Bisschen. Tja, tja.